Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir debattieren in dieser Woche, heute und morgen, über verschiedene Anträge der Fraktionen, den Familiennachzug für subsidiärschutzberechtigte Asylbewerber zu regeln. Sie reichen von der Rückkehr zur Rechtslage vor August 2015, das ist der Antrag der AfD, bis hin zur Aufhebung der geltenden Aussetzung, und zwar bedingungslos. Wenn wir keine Regelung treffen würden, dann würde der Familiennachzug ab dem 16. März dieses Jahres wieder möglich sein, und auch wir sehen daher aus unserer Sicht Handlungsbedarf. Subsidiärschutzberechtigte haben nach internationalem Recht grundsätzlich keinen uneingeschränkten Anspruch auf einen Familiennachzug. Die Länder können den Familiennachzug an spezielle Bedingungen knüpfen, beispielsweise an das Vorhandensein ausreichenden Wohnraums oder die Sicherung des Lebensunterhaltes. Wir haben in der letzten Legislaturperiode zum 01.08.2015 diese Regelung geändert und die subsidiärschutzberechtigten den Flüchtlingen nach der Genfer Flüchtlingskonvention gleichgestellt und damit den Familiennachzug erleichtert. Zum damaligen Zeitpunkt waren es gerade einmal 2 000 Personen, die diesen Schutzstatus erreicht haben. Im Zuge der Flüchtlingskrise haben wir dann im März 2016 den Familiennachzug für subsidiärschutzberechtigte ausgesetzt, denn die Zahlen sind erheblich angestiegen, und wir wollen nach wie vor die Zuwanderung ordnen, steuern und begrenzen. Im Jahr 2016 erhielten knapp 153 000 Menschen diesen Schutzstatus. Das waren 40 Prozent aller berechtigten Asylgesuche. Ein rechtlich zulässiges Mittel der Steuerung und Ordnung ist die Aussetzung dieses Familiennachzuges. Die Fraktionen der Grünen und der Linken haben schon Ende 2016 beantragt, diese Aussetzung wieder aufzuheben. Gleichlautende Anträge stehen auch morgen auf der Tagesordnung. Es hat daher im März 2017 hier im Haus eine Anhörung zu diesem Thema gegeben, bei dem uns Sachverständige nochmals bestätigt haben, dass die Aussetzung des Familiennachzuges an dieser Stelle sachlich zulässig ist. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund, der ebenfalls vertreten war, hat uns eindringlich gebeten, die Aussetzung beizubehalten, um die Integrationsfähigkeit der Kommunen zu erhalten. An dieser Bitte der Kommunen hat sich auch bis heute nichts geändert. Das sind Zahlen, Daten und Fakten, an denen man neben Gesichtspunkten von Menschlichkeit, Familie, Zuwanderung nun mal auch nicht dran vorbeireden darf. Im Jahr 2017 haben knapp 96.000 Menschen subsidiären Schutz erhalten. Bei insgesamt sinkenden Zahlen sind das wieder ungefähr 40 Prozent. Unser Bundesinnenminister hat daher Ende November letzten Jahres zu Recht gesagt, wir brauchen noch eine Aussetzung. Wir müssen die Dinge noch steuern und ordnen. Wir brauchen hier neue Regeln. Unser Antrag, der Antrag der Union morgen, geht daher auch dahin, zunächst den Familiennachzug weiter auszusetzen für subsidiär Schutzberechtigte und gleichzeitig mit einem möglichen Koalitionspartner der SPD eine Änderung an dieser Stelle herbeizuführen, die zum einen Begrenzungen, aber zum anderen auch konkrete Bedingungen an den Nachzug formuliert. Ich halte diesen Antrag auch als den einzig zielführenden. Zum einen zeichnet sich ganz deutlich in der Debatte heute und durch die vorgelegten Anträge von heute und morgen ab, dass es keine Rückkehr zum alten Rechtszustand vor August 2015 geben wird. Das ist in diesem Haus nicht mehrheitsfähig. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Situation ist auch nicht mehr vergleichbar mit der Situation vor 2015. Wesentlich mehr Menschen sind als subsidiär Schutzberechtigte durch den Bürgerkrieg in unserem Land, und zwar wesentlich länger, als man sich das bei subsidiär Schutzberechtigten vorstellt. Die Härtefallregelung, die Sie in Ihrem Antrag ja ansprechen, hat sich als extrem eng und nicht zielführend erwiesen, um diese Härtefälle auch umfangreich zu regeln. Das Verwaltungsgericht in Frankfurt hat zum Beispiel entschieden, dass eine Schlechterstellung von subsidiär Schutzberechtigten zu GfK-Flüchtlingen für unzulässig angesehen wird. Das heißt, das ist eine Mindermeinung. Dennoch sehen wir daran, der Gesetzgeber ist gefordert, eine mehrheitsfähige Regelung hier in diesem Hause zu treffen und im Sinne von Steuernordnung und Begrenzung auch unter der Berücksichtigung des Schutzes Minderjähriger und des Rechtes auf Ehe und Familie Neuregelungen zu formulieren. Ich bin daher sehr froh, dass die Kolleginnen und Kollegen der SPD auch in dem Sondierungspapier bereit sind, diesen Weg mitzugehen. Denn ohne eine Neuregelung besteht die Gefahr, dass durch die Rechtsprechung und durch die Anwendung von Einzelfallentscheidungen genau Ergebnisse erzielt werden, die wir nicht haben wollen, die sogar kontraproduktiv sein können, und wir unserem Ergebnis von Steuern ordnen und begrenzen dann eben nicht gerecht werden. Insofern bitte ich Sie heute, der Überweisung des heutigen Antrages nicht zuzustimmen, aber morgen der Überweisung unseres Unionsantrags. Vielen Dank. Letzter Redner in der Debatte ist der Abgeordnete Dr. Lars Castellucci für die SPD-Fraktion.